Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in diesen Sonntag reingestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 19.100 US-Dollar. Wir haben sehr, sehr wenig Bewegung jetzt über das Wochenende bekommen. Kleiner Long-Impuls kam am, ich glaube, Freitagabend oder Freitagmittag, wo wir hier nochmal in das Golden Pocket reinsehen. Den habe ich mal mitgenommen. Jetzt schauen wir auf jeden Fall, was ist für den heutigen Sonntag eventuell noch wichtig und für den Start in die neue Handelswoche. Schauen wir uns alles an. Ansonsten XRP noch im Gespräch und Ethereum. Altcoin-Wünsche gerne unter das Video wieder reinschreiben nach dem Video für die nächste Woche. Ansonsten, bevor wir starten, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und wenn ihr Bock habt, drückt auf die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt. So, ich würde sagen, direkt jetzt ins Video. 19.100 US-Dollar. Wir konsolidieren hier in einem möglichen Symmetrical Triangle. Ihr wisst, ich trade die ungerne, aber ich habe es jetzt einfach mal als Support und Widerstände eingezeichnet. Ich bin weiterhin davon überzeugt, dass wir uns zumindest den Bereich hier oben um 19.800 bis ungefähr 20.100 US-Dollar auf jeden Fall noch holen könnten. Hat den Aspekt, wir hatten einfach diese heftige Volumencandle hier oben, sind einige Short Orders auf jeden Fall drin bei diesen 20.050. Deswegen bin ich eher noch davon ausgegangen, okay, wir holen uns noch diese Liquidität hier oben, vielleicht bis 20.200, bis zu diesem letzten Hoch hier drüben und kriegen dann vielleicht unseren nächsten Impuls nach unten. Das ist jetzt erstmal so der kurzfristige Plan. Das war auch die Idee hinter dem Long, den ich hier im Golden Pocket aufgemacht habe. Momentan ist er noch im Plus-Stop-Loss mittlerweile, aber Entry hat den Aspekt, der 200er SMA auf dem 1-Stunden-Chart plus der 200er EMA drücken uns hier immer wieder nach unten. Also man sieht es hier, wurden wir zweimal rejected, hier nochmal und jetzt kriegen wir wahrscheinlich im Laufe des heutigen Tages vielleicht noch einen Anlauf. Shorten würde ich ganz ehrlich das Ding jetzt nicht mehr. Also das Risiko jetzt hier nochmal einen Short einzugehen, nachdem wir jetzt dann das dritte Mal vielleicht rejected worden sind, umso schwächer wird natürlich auch diese Zone und die Liquidität liegt einfach da drüber. Und solange die Liquidität da oben liegt, ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass wir uns erst diese holen und dann den nächsten Impuls nach unten hinkommen. Was jetzt noch über Nacht dazugekommen ist, ich weiß, viele haben es wahrscheinlich schon auf Twitter gelesen, angeblich Militärputsch in China und so, könnte alles noch Impulse vielleicht im Laufe des heutigen Tages geben. Meiner Meinung nach ist es fad, beziehungsweise es hat sich noch nicht bestätigt, es gibt keine Bilder, es gibt nur immer diese Flightradar-Bilder und sonstiges. Deswegen würde ich erstmal mal nicht so viel darauf geben, dass es hier jetzt wieder ein komplettes Black Swan-Event gibt. Sollte sich das natürlich bewahrheiten, kann ich mir sehr, sehr gut einen deutlichen, aber richtig deutlichen Rutsch nach unten hin vorstellen. Könnte man wiederum sagen, es wäre ein Black Swan-Event, aber wie gesagt, bisher keine Panik. Und ich glaube, wenn es wirklich offiziell wäre oder wenn da wirklich was dran wäre, hätten die Kurse schon längst da irgendwie reagiert, aber momentan, wie gesagt, kaum Bewegung, auch übers Wochenende. Kein wirkliches Handelsvolumen, was wir hier momentan sehen, also einfach nur die Konsolidierung. Nach dieser, ich sage jetzt mal, einflussreichen Woche durch die FED-Sitzung etc. pp. Auf dem 4-Stunden-Chart haben wir auch noch die 4-Stunden-Email-Ribbons über uns als Widerstand. Also wir konsolidieren hier auch in den oder an den untersten Ribbons. Was ganz gut passt, 200er SMA auf dem 4-Stunden-Chart. Ihr kennt den, wer den Kanal schon länger verfolgt. 200er SMA ist immer so extremer, extremer Support oder Short-Impuls, sage ich mal, vor allem auf dem 4-Stunden-Chart. Und der liegt halt genau hier in dieser Region um 20.100 bis 20.200 US-Dollar. Also es würde sehr, sehr gut passen, dass wir hier diesen Impuls eben nach oben bekommen. Hier nochmal vielleicht ein bisschen konsolidieren und dann in der neuen Woche vielleicht den Impuls in Richtung 16k bekommen. Erster Step natürlich die 17, 17, 5, einfach um das Tief nochmal ein bisschen abzugreifen, die Liquidität aus diesem Bereich abzuholen. Und dann müssen wir schauen, wie tief es wirklich geht. Aber es würde sehr, sehr gut passen. Short-Order werde ich auf jeden Fall in den Bereich der 19.800 US-Dollar platzieren. und dann einfach mal schauen, wie so diese gesamte Bewegung ist. Man sollte natürlich darauf aufpassen. Wir haben hier oben doch noch einige Ineffizienzen in dem Bereich der 21.1 bzw. 22k. Ob wir die wirklich holen, wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Dafür ist einfach viel, viel zu wenig Bullish im Markt momentan. Klar, wir haben dieses Symmetrical Triangle. Können wir uns mal ganz kurz angucken, was so dieses passive Preisziel wäre. Und es liegt genau bei 20.200. Also hier sollte dann gegebenenfalls eine Gegenreaktion erst einmal erfolgen. Soviel dazu. Dann schauen wir uns Ethereum an. Auch hier sehr, sehr wenig Bewegung momentan. Ich weiß gar nicht, was ich da eingezeichnet habe. Das können wir auf jeden Fall mal rausmachen. Ja, die Bullish Divergence, die hat dann ausgespielt. Auch hier Trend nach oben. Mögliches Symmetrical Triangle, wenn wir uns das hier ein bisschen... Ascending Triangle, wenn wir uns das jetzt mal so angucken. Aber auch der Impuls nach oben hier. Sehr, sehr wenig Volumen. Also gefällt mir auch nicht wirklich. Wir können uns trotzdem mal hier einfach mal das Preisstil angucken. Ein bisschen pessimistischer. Ich ziehe es ungern davon ganz vorne. Und da würden wir auch hier in der Region um den 200er SMA, 200er EMA landen. Beziehungsweise darüber ist noch die Ineffizienz bei 1.550. Wage ich zu bezweifeln, dass wir uns die holen. Aber hier der Bereich um 1.415. Das ist der Bereich, wo ich sagen würde, okay, hier vielleicht eine mögliche Short-Order reinzusetzen. Aufgrund dieses Volumen-Wigs. Hier liegt einfach die Liquidität wieder. Wir hätten hier noch so eine kleine Ineffizienz zu füllen. Und dann vielleicht der Turnaround nach unten in der neuen Woche. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ansonsten auch hier wenig Impulse. Gleiches Spiel bei XRP. Symmetrical Triangle, was sich hier bildet. Volumen deutlich abnimmt. Shorten würde ich das Ganze nicht. Hat einfach den Aspekt, wir haben hier oben eine Menge, Menge Volumen. Das könnten wir uns auf jeden Fall noch abholen. Und dann vielleicht so ein kleines Doppeltop im Endeffekt hier oben formen. Und dann die Reise nach unten in den Bereich der 0.43. Das ist momentan auch der Bereich, den ich anvisiere für mögliche Long-Orders. Beziehungsweise auch nochmal Spot nachzukaufen. Weil wir hier unten eine Menge, Menge Confluence haben. Das will nochmal in den Bereich der 0.38. 0.39 jetzt erst einmal kurzfristig fallen. Glaube ich eher nicht. Jetzt müssen wir erstmal warten, ob dieses Doppeltop möglicherweise ausspielt. Aber ihr seht hier diese Wicks, wie viel krass, wie viel Volumen da oben drin ist. Deswegen momentan Short auf keinen Fall. Die Liquidität liegt da oben. Deswegen wäre es wünschenswerter. Wir holen uns die Liquidität hier in den Bereich der 0.56. Dann Short Order und dann den Weg einfach nach unten vorbereiten. Wäre momentan meines Erachtens einfach das beste Ziel. Um einfach nochmal Support zu bestätigen. Die 4 Stunden E-Mail Ribbons. Plus hier nochmal diese Ineffizienz aufzufüllende, beziehungsweise dieses Void. Und dann, sag ich mal, einen neuen Long-Impuls nach oben hin zu kriegen. So würde eine gesunde Korrektur meines Erachtens aussehen. Liquidität abgeholt, Korrektur, RSI abgekühlt. Und dann hier unten vielleicht ein bisschen weniger Volumen. In diesem Bereich ein bisschen traden. Und dann Abfahrt nach oben. So, dann schauen wir uns Cardano an. Auch hier wenig Bewegung hat aber, was mich ein bisschen wundert. Wir hatten hier das Hardfog, was glaube ich live gegangen ist am Freitag. Lass mich nicht lügen, ich glaube Freitag. Wenig Volumen. Aber was man hier noch sieht, das haben wir glaube ich auch im Livestream angesprochen. Hier, diese 4 Stunden Candle hat sehr, sehr viel Volumen drin gehabt. Also es wäre wünschenswert, wir holen uns die Liquidität hier drunter nochmal. Heißt ungefähr so einen Fahrplan. Und dann erst die Reisen nach oben hin fortsetzen. Aber Cardano generell sehr, sehr schwach. Kein richtiger Abtrend. Absoluter Downtrend hier momentan vorliegt. Und wie gesagt, die Liquidität liegt hier unten. Hier haben wir auch noch ein deutliches Tief, was die Liquidität bedeutet. Also für Cardano sehe ich momentan einfach nichts Bullisches. Da müssen wir auf jeden Fall die nächsten Wochen auf jeden Fall mal abwarten, ob wir uns da unten die Liquidität holen und dann vielleicht einen Long-Impuls kriegen. Ja, soviel dazu. Schauen wir uns doch ganz kurz die News an. Kryptowährungen dabei bleiben oder aussteigen? Eine Frage, die sich wahrscheinlich momentan bei diesen Kursen viele stellen. Manche denken sich einfach beide Dip. Meines Erachtens nach lohnt es sich im Endeffekt jetzt nicht mehr wirklich da jetzt noch auszusteigen. Also das hätte man eher überlegen müssen und nicht jetzt, wenn sowieso schon alles relativ weit unten ist. Klar, es kann nochmal 10, 30 Prozent runtergehen. Aber jetzt vielleicht noch auszusteigen, macht meines Erachtens wenig Sinn. Dann lieber halten, eine Jahresfrist beachten und gut ist. Ja, soviel dazu. Ich würde sagen, wir hören uns dann morgen früh zu einem ausführlichen Update-Video wieder. Guten, schönen Sonntag wünsche ich euch auf jeden Fall noch. Und dann morgen zum Wochenstart neues Update-Video. Schreibt gerne unten in die Kommentare, welche Altcoins ihr euch für diese Woche wünscht. Ansonsten, schönen Sonntag, bis dahin. Ach ja, lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal. Bis dahin, ciao, ciao, stay crypto.